ja hallo herzlich willkommen zu einem neuen movie days video heute in der review captain marvel vorweg ihr solltet diesen film euch vor endgame angucken da er in der post credit scene zum beispiel direkt bezug auf das ende von infinity war nimmt beziehungsweise auf die post credit scene und klärt vielleicht die ein oder andere frage was da noch kommen könnte weil da so gewisse versatzstücke ineinander greifen von der post credit scene zum trailer von endgame kommen wir mal zu captain marvel an sich ich finde sie recht gut gemacht flotte sprüche actionreich gefällt mir sehr gut wie sie gemacht ist aber ohne jetzt mal spoilern zu wollen mein wo ich ein bisschen raus war bei dem film ist der moment es gibt einen kampf direkt zu anfang so in den ersten 15 minuten vielleicht wo carol danvers kämpfen muss hier noch zum spaß und verliert aber später ist sie so stark dass sie halt gewinnen könnte und dann wird aufgefordert auch diesen kampf durchzuführen gegeneinander in einem faustkampf aber captain marvel lässt sich hier nicht drauf ein sondern schießt ihren kontrahenten beziehungsweise ihren gegner mit einem photon stahl strahl ab und besiegt ihn dadurch sofort ein direktes keo und geht dann zu ihm hin und sagt zu ihm ich muss dir gar nichts beweisen was ich ein bisschen schade fand wir hätten diese szene einfach so stehen lassen können wir haben verstanden dass der film und sagen will dass sie zu anfang noch nicht bereit war aber es später ist sie hätte ihn keo hauen können mit dem photonen strahl hätte dann die szene beendet wie sie dann halt auch zu ende geht bloß ohne kommentare aber es muss natürlich geredet werden es muss wieder alles für dumme erklärt werden und hier haben wir leider durch diese diese äußerung dieses kommentars ich muss dir gar nichts beweisen eine klare anspielung auf feminismus den ansatz wie gesagt finde ich richtig sie ist stärker sie kann es sie hat wahrscheinlich die stärksten kräfte im mcu und auch in der comic buchreihe aber es dann noch extra kommentieren zu müssen reiste mich dann halt ein bisschen raus in dem moment wo ich dachte der film war überwiegend gut bis jetzt er hat mich unterhalten es hat spaß gemacht aber diese szene reißt mich dann halt eben raus fand ich ein bisschen schade aber tut dem gesamtfilm eigentlich nichts ab es ist ein großartiger film geworden mit viel humor wer ein bisschen action und viel zum lachen haben will der wird hier auf seine kosten kommen ja die action bevor ich jetzt zum nächsten punkt komme da gibt es ein paar szenen die haben halt musikuntermalung auch in den kämpfen und die passt bei zwei von dreien sehr gut beim endkampf so da weiß ich nicht wollte es bei mir nicht klick machen war auch ein bisschen schade da hätte ich mir vielleicht ein anderes lied gewünscht aber ansonsten war auch das eigentlich recht okay man hat solide abgeliefert muss ich sagen jetzt zum nächsten punkt die darsteller brie larson ist captain america spielt sie auch gut wie schon erwähnt aber es gibt ganz klar zwei andere stars in diesem film und das sind nick fury alias samuel jackson und goose oder wie er im original heißt chewie und diese kombination die macht unglaublich spaß also ist es witzig ohne ende den grimmigen alten nick fury in jung zu sehen und dann halt wie er sonst keine mimik verzieht so wie wir ihn kennen und in dem film halt oh bist du eine süße katze unglaublich witzig unglaublich gut kann ich jeden nur empfehlen also als ich hörte dieser film wird katzenliebhaber begeistert habe ich nicht dran geglaubt was dieser film mir im endeffekt für einen spaß machen würde weil goose einfach unglaublich gut ist hier haben wir auch viele easter eggs zum beispiel als captain marvel dann ihre kräfte praktisch voll entfaltet kommt dann auch so ein easter egg sage ich mal da kann man so ein bisschen so ein bisschen so das superman theme raushören also selbst mein kumpel der dabei war hatte so ich guckte ihn an er guckte mich an und dann hast du gerade auch da das superman theme rausgehört und er meinte nur so ja habe ich und auch hier nochmal zum verständnis goose heißt nur im film goose und nicht shui weil er weil hier die thematik zu top gun einfach besser gepasst hat finde ich vollkommen okay weil einfach hier viel an top gun erinnert in gewissen momenten in den rückblick gefiel mir daher sehr gut warum shui er eigentlich schul heißt ja muss ich wahrscheinlich nicht erklären ist eine referenz an star wars schade dass es ja geändert werden geändert wurde aber nicht schlimm weil shui hier einfach nicht so gut passt wie goose ansonsten würde ich einfach sagen guckt euch den film selber an er macht unglaublich spaß man nimmt sich nicht zu ernst hat so in gewissen momenten auch leichte ant-man vibes aber ansonsten kann ich eigentlich nicht mehr viel zu dem film erzählen ich habe schon das gefühl dass ich ein bisschen zu viel spoiler daher mache ich jetzt hier mit der review schluss guckt ihn euch an und kommen wir mal zu meiner ausbeute des atems und da hätten wir als erstes ein captain marvel becher brie larson drauf ist und ich habe mich hier ganz klar für das logo entschieden weil ich ja die die figuren die gesichter dieser standfiguren waren nicht so hübsch und ich wollte mal was anderes haben deswegen fand ich das sehr schön dazu habe ich noch gekriegt eine durchsichtige captain marvel tasse wo das logo in blattgold glaube ich auf ist denke ich mal also ist es auf jeden fall hier golden ich würde euch nicht empfehlen das mit der spülmaschine zu waschen weil sonst wäscht sich das wahrscheinlich aus ansonsten habe ich aber noch einen kleinen ja ein kleines anderes süßes ding gekriegt und zwar ein mini joker so ein chibi ja jetzt seht ihr seine haare und seine fliege in schwarz aber hier und die rückseite ist halt hier jetzt sieht man es ein bisschen grün sieht man da ist auf jeden fall grün die rückseite und ich finde ihn eigentlich recht putzig ich weiß noch nicht was ich mit ihm machen werde aber ich dachte ey kommst du kommende mit DC an marvel film abend mal zu kriegen ist auch nicht schlecht und ja mal gucken was ich damit anstelle damit war es das aber dann auch mit diesem video ich sag zum nächsten mal bis zum nächsten mal euer open beta ciao ciao